Taraxacum, der Löwenzahn, blüht auf dem Frühlingswesen. Der Gärtner mag ihn nicht unbedingt, wenn er in seinem Rasen sprießt. Aber durch seine frühe Blütezeit, bereits im April und Mai, ist der Löwenzahn eine Honigwiese für die Bienen. Er sichert somit die Versorgung dieser Insekten im Frühjahr. Wer sich also an seinen ersten Rasenschnitt macht, der sollte, wenn er an naturnahem Wirtschaften interessiert ist, zumindest einige Inseln des Löwenzahns stehen lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Abonnieren 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 Untertitelung des ZDF, 2020